Hallo, liebe Abonnenten! Heute würde ich gern das Verb malen für alle Zeitformen für euch konjugieren. Jetzt fange ich an mit Präsenz. Der Künstler malt ein schönes Bild. Jetzt perfekt! Der Künstler hat ein schönes Bild gemalt. Präteritum. Der Künstler malte ein schönes Bild. Futur. Das ist Zukunft. Der Künstler wird ein schönes Bild malen. Passiv gegenwart. Der Bild wird vom Künstler gemalt. Passiv Vergangenheit. Der Bild wurde vom Künstler gemalt. Konjunktiv 2 gegenwart. Der Künstler würde gern ein schönes Bild malen. Konjunktiv 2 gegenwart. Der Künstler hat ein schönes Bild gemalt. Konjunktiv 2 gegen 컬�